Das brutalste Imperium war das britische Imperium in der Menschheitsgeschichte. Über 500 Jahre existierte dieses Imperium und ihre weißen Eliten führen ihre Ideologie bis heute weiter. Die weiße Vorherrschaft. Es stimmt, das deutsche Nazireich war schlimm. Aber das britische Imperium war tausendmal schlimmer und tausendmal brutaler im Umgang mit anderen Menschen. Die weiße Vorherrschaft. Die weiße Vorherrschaft. Die weiße Vorherrschaft. Der weiße Vorherrschaft. Zuh-me-da-to, Zuh-me-la-u-da-te-la. Zuh-ma-du, Zuh-me-da-tu, Zuh-me-da-tri, Zuh-me-dul, N-a-tu, Tri-po, Zuh-me-da-te-la-te-la-ber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020